Ja, ich hab' nicht mit ein Little Crestbord! Du mach' nicht gern! Little Crestbord! Ihr Comeback machen! Ausgerechnet zum ersten Auftritt im neunten Moment! Das ist mein Sinner-Syphone-Stort! Das kann genügend aufhören! Mir, Loriko, die Hucke! Das anzutun! Das! Loriko, ganz ruhig! Atmet durch! Schhhh! Macht' dir keine Sorgen! Ich hab' Kee bereits beauftragt ein neues Instrument zu besorgen! Ja, gerade das macht mir Sorgen! Was? Hey Kee, was mein' Cindy? Ja! Oh, du kommst doch! Was? 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 Das ist nicht dein ernstes Ohr! Kee, wo ist Ryoichi? Er war doch bei dir! Ich dachte, er wäre bei euch! Geh' ihn suchen! Wir müssen gleich auf die Bühne! Okay! Oh mein Gott! Ich kann es kaum glauben! Ich bin wirklich im Backstage-Bereich von Midian Pressler! So aufgeregt war ich nicht mehr, seit ich dir neue Tournee angesagt haben! Und da ist der wunderbare Seguchitoma! Und die Atem-Rauchen und nur die Kurkai! Der? Ich kann's nicht glauben! Ich kann's nicht glauben! Ich als weltberühmtes, bestes Beauty-Double im Backstage-Bereich! Bereich, da bist du ja! Mann, wo warst du denn? Wir müssen gleich auf die Bühne kommen! Du weißt schon! Du weißt schon, sleep is beauty, slow version! Mann, das ist echt kein Wunder! Meine Damen und Herren, liebe Fans, wir begrüßen Sie herzlich in der Yamaguchi-Halle in Tobio! Und jetzt, die drei, auf die ihr alle gewartet habt! Klatscht, bis euch die Hände glühen! Für Noriko Rukaspa! Applaus 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 Ich weiß nicht, dass ich mich als ich schmerzen kann, ich muss mich nicht mehr die sich verletzen. Endlich habe ich dich gefunden so kurz vor der Frau, auch wenn du wirst. Und wie du aussiehst, wie du willst. Du holst mir den Kopf ab. Wie ist das da? Ein Zeitpunkt für die Tülle. Aber du siehst sogar nicht gegen den Internet, wie du siehst. Tog anu hikari no yukue aza yaka ni mau ooi o ega ko o 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